Die Lausitz ist eine Wolf-Region. Was kann Oberbayern von der Lausitz lernen? Dass es mit dem Wolf durchaus einen nicht ganz einfachen Start hat, aber dass man auf lange Sicht sagen kann, dass Wölfe und Menschen in einer Landschaft gemeinsam leben können. Die Angst ist, denke ich, ein sehr ernstzunehmendes und aber auch sehr komplexes, emotionales Feld. Und manch einer musste durchaus auf eigenem Weg mal sich in die Pilze trauen. Wir sind ein tolles Pilzgebiet und sozusagen merken, dass ihm ja nichts im Wolfsgebiet passiert, sodass er lernt, Wölfe sind nicht gefährlich. Wie schauen die Schadensfälle aus? Was hat es da für eine Entwicklung gegeben? Die Schadensfälle waren am Anfang sehr stark angestiegen. Wölfe waren eine neue Situation. Wir hatten im Prinzip das Versuchsgebiet in Deutschland. Die ersten Wölfe mussten wirklich erst entwickeln, wie wir die Schafe schützen können. Und dann mit der Zeit, mit gleichbleibenden Wolfszahlen, die wir jetzt seit drei Jahren haben, also einem überschaubaren Gebiet, sind wir nach und nach an alle Landwirte herangekommen, haben die Landwirten die Zäune zur Verfügung gestellt und damit die Schadensfälle ganz, ganz weit nach unten gebracht. Eine Ihrer Hauptaussagen in Ihrem Referat war, der Wolf braucht keine Wildnis. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir uns, was mir eigentlich am wichtigsten ist, dass man sich frei macht vor der Vorstellung, der Wolf kann nicht in Bayern leben, sondern wenn er nach Bayern kommt, dann wird er hier einen geeigneten Lebensraum finden, nämlich unsere Kulturlandschaft. Und er wird sich hier niederlassen. Das heißt, mit dieser Aussage verbinde ich, liebe Menschen, macht euch darauf bereit und stellt euch darauf ein. und schaut, was wir für Erfahrungen mit dem Wolf haben, damit ihr nicht alle Fehler nochmal machen müsst. Was waren denn das für Fehler? Die Fehler waren zum einen, dass man gedacht hat, das Problem mit den Schafhaltungen wäre gar nicht so groß. Dass man gesagt hat, nun, man zahlt einfach Entschädigungen und kümmert sich nicht um die Zäune. Das haben die Wölfe auch gemerkt, dass die Schafe dann eine leichte Nahrung sind und dass man etwas tun muss. Die Schutzmaßnahmen kosten Geld. Wie ist das vor allem für kleinere Betriebe machbar? Da in Sachsen Hauptbetriebe, Nebenerwerbsbetriebe, aber auch privat gehaltene Schafe diese Schutzmaßnahmen gefördert kriegen, ist die Größe des Betriebes gar nicht entscheidend, sondern es ist wichtig, dass man sich meldet und sagt, ich habe Schafe, ich bin im Beuys-Gebiet, helft mir, diese Schafe zu schützen. Im Gebirge werden Zäune aber eher problematisch sein. Absolut. Ich muss klar sagen, die Lausas ist ein flaches Land, aber es gibt die Schutzmaßnahmen der Schutzhunde und die sind gerade in vielen Bergregionen Mitteleuropas mit großen Erfolgen eingesetzt. Eine traditionelle Art und Weise, um Schafe vor Wölfen zu schützen. Wie schaut es mit den Jägern aus? Wie ist das Verhältnis zwischen Jagd und Wolf? Das ist durchaus auch geteilt. Ich würde aber sagen, die meisten Jäger akzeptieren den Wolf. Sie freuen sich nicht, das ist sicherlich was anderes, aber sie akzeptieren den Wolf und stellen fest, Mensch, eigentlich gehört er ja zu unserer Wildbahn genau dazu. Und wenn ich genau schaue, muss ich eigentlich sagen, ohne Wölfe hätte ich auch keine Rehe, weil wir haben eine gemeinsame Evolution und das Rehe ist so ein graziles Fluchttier, weil der Wolf in der Evolution dafür gesorgt hat. Und das führt dazu, dass sie sagen, okay, ich bin ja als Jäger vor allen Dingen auch Naturschützer und mir ist der Halt der ganzen Natur wichtig. Was wird sich verändern, wenn wir ein Rudel in Oberbären haben? Es wird sich dabei erstmal ändern, dass in diesem Gebiet, wo diese Tiere sich dann niederlassen, es natürlich mehr Wölfe gibt. Das wird sich dann auf einer Zahl einpendeln. Es birgt aber auch den großen Vorteil, dass ich mich auf diese Wölfe sozusagen konzentrieren kann. Wenn ich diesen Elterntieren durch Herdenschutzmaßnahmen gezeigt habe, dass sie ihre Pfoten und ihre Zähne von den Nutztieren lassen müssen, dann übertragen sie das auch auf ihre Nachkommen. Und ich kann mir so ein relativ stabiles Gebilde, wie wir das gerade in der Lausitz haben, aufbauen.